Das ist das Kopfschneiden. Ich versteigere sie dann. Eine Frage, kannst du ein bisschen zurückgehen? Ganz kurz, nur ganz kurz, dann kannst du gleich wieder hin. Das wird ein Charity-Film. Und was hast denn du hier? Sind das Tests von einem Stift oder? Ja. Das sind Unterschriften, ja? Ja. Kannst du hier nicht mehr waschen? Ja. Was? Kannst du hier nicht mehr waschen? Ja. Danke. Danke.